Hallihallo, in diesem Video möchte ich euch mal alle Leaks und Gerüchte rund um GTA 6 vorstellen, die in den letzten Monaten das Licht der Welt erblickt haben und relativ plausibel wirken. Ihr werdet hier Leaks und Gerüchte rund um die Entwicklung von GTA 6 hören, Details zur Spielwelt und dem Spieldesign, sowie einige geplante Aktivitäten und Missionen. Lasst uns einfach mal direkt mit den Gerüchten rund um die Entwicklung von GTA 6 loslegen, denn hier will ich direkt mal mit einer echt mächtigen Zahl starten. Zwei Milliarden Dollar. Denn das soll das Budget sein, das für GTA 6 veranschlagt wurde. Und hier mal zum Vergleich, GTA 5 hat damals ein Entwicklungsbudget von 250 Millionen Dollar gehabt. Also wir reden hier vom Achtfachen. Das entspricht in etwa den Baukosten für das teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt, der Icon of Seas. Boah, echt beeindruckend. Allerdings kann man das Ganze jetzt natürlich mal in Relation setzen, denn die Entwicklung für GTA 6 soll angeblich schon 2014 begonnen haben, also quasi direkt nach dem Release von GTA 5. Das heißt im Umkehrschluss, dass mit dem geplanten Release 2025 immerhin stolze 11 Jahre Entwicklungszeit in diesen Titel geflossen sind, aber immer noch ein beeindruckendes Monatsbudget von stolzen 15 Millionen Dollar jeden Monat gehabt hat. Wahnsinn. Der zweite Trailer soll übrigens schon Ende des Jahres kommen, sprich November, Dezember, irgendwie so um den Dreh. So und jetzt kommen wir mal zu dem Buschfunk, der die Spielwelt von GTA 6 betrifft. Denn Leonidas soll in etwa doppelt so groß werden wie das aktuelle San Andreas aus GTA 5 und zusätzlich durch DLCs mit der Zeit wachsen. Und zwar hoffentlich deutlich mehr als nur mit einem dazugebastelten Cayo Perico, bis man nur durch einen Ladebildschirm erreicht. Tatsächlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier mit der Zeit eine Erweiterung nach Liberty City denkbar wäre, denn schließlich ist das ebenfalls die Ostküste Amerikas, obwohl wir jetzt zugegebenermaßen ins Reich der Spekulationen abdriften, daher lasst uns einfach mal weiter bei den eher handfesteren Fakten bleiben. Zum Beispiel, dass die Wasserphysik grundlegend überarbeitet wurde. Allgemein wird Wasser in Leonidas eine große Rolle spielen und entsprechend viele Events werden demnach für uns auf dem Wasser warten. Außerdem sollen sage und schreibe 70% der Gebäude in Leonidas betretbar sein. Das wäre absolut mindblowing. Auf der Karte selbst warten neben Miami übrigens noch zwei größere Städte, sowie vier kleinere Städte. Auch drei Inseln soll es hier geben, von denen zwei durch Kuba inspiriert wurden sein sollen und eine durch die Bahamas. Weitere Sehenswürdigkeiten sollen daneben außerdem das NASA Space Center sein, das im Spiel Serra heißt. Es wird außerdem ein Fairyland geben, also ein Äquivalent zum Disney World, sowie einige Örtlichkeiten, die wir schon vor über 20 Jahren in Vice City selbst besuchen durften, den Malibu Club, das Ocean View Hotel, Little Haiti und lief links einen Golfplatz. Über das Game Design sind auch schon einige Gerüchte im Umlauf. So sollen wir unter anderem ein spezielles Werkzeug brauchen, um hochpreisige Autos klauen zu können, also nix mehr mit Scheibe einschlagen und losdüsen. Und selbstredend soll natürlich auch die KI im Spiel stark verbessert worden sein. So sollen NPCs unter anderem ihre eigenen strukturierten Leben führen und Polizisten sollen sich mehr wie im echten Leben verhalten, was vermutlich so viel heißt, wie dass sie nicht direkt versuchen werden uns abzuknallen, aber das bleibt abzuwarten. Auch aus früheren Teilen bekannte Features sollen wieder eine feierliche Rückkehr in GTA 6 bekommen. So sollen zum Beispiel unsere Charaktere wieder ein variables Körpergewicht bekommen, also sprich wir können fett werden oder im Gym uns Muskelmasse auftrainieren und wir sollen auch wieder zwei Waffen gleichzeitig tragen können, alles beides kennt man schon aus San Andreas. Blutig soll's auch werden, so soll's in GTA 6 wieder möglich sein Körperteile zu entfernen, obwohl ich mir ja vorstellen könnte, dass wir Deutschen da wieder mit nem Bloodpatch bzw. nem Uncensored Patch nachhelfen müssen, um das Ganze auch selbst zu Gesicht zu bekommen. Und klar, die Wolken in Leonidas werden wieder keine simplen Texturen sein, sondern wie in vielen anderen Spielen auch soll es hier volumetrisch berechnete Wolken geben. Und das letzte Gerücht zum Game Design betrifft hier mal den Online-Modus von GTA 6, denn der Kauf von 5M legt nahe, dass in GTA 6 Roleplay-Mechaniken online ganz offiziell implementiert werden könnten. Man darf gespannt sein. Über die Charaktere von GTA 6 ist jetzt noch nicht so furchtbar viel bekannt, außer dass wir hier Jason und Lucia spielen können, die möglicherweise wie Bonnie und Clyde in einer dynamischen Beziehung leben und da ist doch das On-Off-Drama wohl vorprogrammiert. Und was macht man dann eigentlich den ganzen Tag in GTA 6? Ja, also angeblich sollen da über 1500 verschiedene Weltevents auf uns warten. Weltevents ist natürlich ein relativ schwammiger Begriff, aber ich sag mal, die Anzahl ist schon mal beeindruckend und logischerweise liegt auch der Fokus wieder darauf, ein kriminelles Imperium zu errichten. Also es geht wieder um Raubüberfälle, um Drogenschmuggel. Aber natürlich soll es auch eine Vielzahl von freundlichen Aktivitäten für uns geben, hier unter anderem Tennis, Basketball, Bowling, im Gym wie gesagt Muskelmasse auftrainieren, mit einer Angel fischen gehen, auf Schießständen schießen, Nacht- und Stripclubs besuchen und natürlich darf Golf auch nicht fehlen. Was sagst du zu den ganzen Leaks und Gerüchten? Klingt doch eigentlich ganz plausibel, oder? Freust du dich genauso auf GTA 6 wie ich? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wir sehen uns dann nächste Woche. Reakrüssel am Ei, also seid bereit, denn die Rhymes werden tight, ist es schon wieder soweit, erweitere deinen Horizont in GTA, mit Chris' Videos krabbt das wunderbar, spürst du den was? Also lass ein Like da und einen Kommentar, jetzt mach mal. Reakrüssel!